Servus ihr Lieben! Ich bin jetzt mal ein bisschen leiser, weil ich habe gerade einen gesehen, zumindest glaube ich das. Das ist total selten, die sieht man eigentlich nie und ich will jetzt mal gucken, ob ich noch einen finde. Weil so wie ich das weiß, gibt es die noch gar nicht so lange bei uns. Die kommen eigentlich aus Amerika. Und jetzt kommt mal mit. Die sind normalerweise sehr selten und die verstecken sich meistens. Man sieht die eigentlich gar nicht. Und was ich über die weiß, ist, dass die sich immer einen Vorrat anlegen und den gut verstecken. Ich glaube da hinten ist was. Leute, ich glaube hier ist er. Da vorne ist einer. Ich glaube man kann ihn sehen. Moment, da ist er. Ein Prepper.